so na dann auf weil es eigentlich heute start marcus weißt du dass aus wenn ich kann was ich kann nicht gucken also wie kann sich gucken da ist kein für tv oder die nächste woche erst da siehst du kann ich dir jetzt einfach guck dass du im internet nur f live stream guckt findest normalerweise kein problem und da kannst du es gucken also jetzt macht ihr doch in 10 an uns gar ticket ticket dings dann kannst du das gucken brauchst du nur e-mail-adress und passwort alle anlegen und dann hast du es glaube ich zumindest warum fachst du da runter jedes mal baby kommt zu mir soll ich das mal so mal kommst du zu mal kommst du bei dir ich will nicht schon wieder nach runter da komme ich doch gerade her jetzt bei meinem glück liebte genau davor liegen aber fast genau dazwischen aber an dieser karte steuer steuer habe ich hingeliehen jetzt ja ich habe die trau vorbei Ja, schön für die Anliege. Paar. Guck mal. Aber du hast meine Frage nicht mehr. Ich weiß gerade nicht, wann der Start heute ist. Ich auch nicht. Wie gesagt, ich habe dir erklärt, wie das mal so. Ich schicke dir mal einen Link, wo ich gucken würde, gucken kannst. Da habe ich mich auch schon geguckt. Ich glaube... Moment. Aber mal gleich. Nicht in der Aufnahme jetzt. Ich will da wieder raus. Hä? Zu doll. Ja, ich auch. Ich will da wieder raus. Was ist das? Sagst du das öfter? Nein. Ich komme nicht. Du kannst nicht nach vorne nach hinten springen. Das ist der Scheiß-Beutel. Das ist das Problem. Nämlich halt das andere Loch gut sechs Schläge. Ja, ich... Mich nervt es gerade wieder. Weil du da... Weil du nicht ewig weiterkommst. Du schlägst zu fest oder zu wenig. Jetzt geht es. Vielleicht ich habe einfach die linke Fahne genommen. Da ist Zaun drumherum. Ja. Ich sitze vor der rechten Fahne, weißt du? Ja, das hat gereicht. Double Bogey. Ah, herr mal. Ah. Ja, das geht aber gerade so. Ja, Perf. Ach, leg mich doch. Du bleibst jetzt nicht an der Seite direkt da vor dem von der Katholik. Nee, doch nicht, Gott sei Dank. Ah, Perfekt. Also so oft, wie wir Kev schon lecken sollten, müsst ihr eigentlich mit dem Rest des Lebens einen sauberen Hintern haben. Ja, weißt du, was ich meine? So. Hole in. Ja, schön. Reib's doch unter die Nase. Ah. 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 Zwei Schläcke. Jawohl. Ah. Nein, nicht so kurz. Sagst du öfters, ne? Zwei Schläge. Zwei Schläge. Zwei Schläge. Ah. Oh. So, ich habe den Link geschickt, Markus. Da kannst du sowas ja nie gucken. Da musst du nur die Sender mal durchswitchen. Das ist jetzt nur ORF1, aber direkt darunter ist ORF2. Du musst jetzt nur an die Seite zurückgehen. Oder auf die Startseite von dem Ding. Zwei Schläge, Birdie. Da habe ich mich auch immer geguckt, wo ich kein Sky hatte. Und da habe ich mir Sky-Ticket gemacht. Du hast keine Werbung drin, ne? Ich glaube, die Österreicher hat doch die Schweiz übertragen, nämlich ohne Werbung. Ich hatte mich heute halt doch noch gucken. So, jetzt muss ich wissen, weil ich der Start ist. Weil ich muss ein bisschen anpassen. Wenn man um 14 Uhr startet, ist man mal nämlich einen dicken Frühjahrfeierabend. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, 15 Uhr, da die in Portugal fahren. 16 Uhr Start. Okay, dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Sparien, zeigen Sie zum Beispiel bei RTL. Das haben Sie schon angekündigt jetzt. Ich würde mal ab, muss ich da jetzt irgendwie rüber oder so? Ne. Ich dachte, da wäre der Kante oder so drinnen. Ja, ja. Fall rein, Fall rein. Yes, Paar. Birdie. Na, schön, wenn wir das müssen reichen. Na, ist doch wieder so ein bisschen knapp hier zwischen uns auf einmal. So habe ich ein bisschen was aufgeholt. Aber. So, jetzt Fall auf der einen Seite irgendwie noch. Ah, okay. Ja. Na, wäre fast noch ein Mann gewesen, wenn der rechts abgekippt wäre. Ja, möglich wäre es gewesen, aber. Oh, ich habe das Internet gesehen. Scheiße, du musst genau abpassen, wenn man das Ding abschießt, ne? Ja, sonst fällst du nur durch. Ja, das habe ich gerade gemerkt. Ich will hier raus. Fuck you. Zu früh. Ja, habe ich gemerkt. Jetzt. Ja, ein bisschen weniger Kraft einfach in den Mühe da rein gehst du, die Kanone. Ich habe ja ein bisschen mehr Kraft genommen und dachte mir, da sind sie in Schwung noch einen schönen mit und... Ah, scheiße, das ist so viel. Jetzt wenig. Scheiße, ich fahre genau runter hinten. Ja, ich fahre genau runter. Jawoll. Ah, nein, drin. Ach, schläge. Ist wieder ein bisschen dran gewesen und jetzt habe ich vielleicht wieder ein bisschen was verloren. Oh, Mann. Ja. Ja, jetzt. Falsche Wasserbecken. Jetzt richtig voll die Rechte, dass wir zum Wasserbecken gehen. Das war zu fest. Jetzt geht's. Perfekt. Du willst jetzt nicht jetzt noch davor liegen, weißt du? Doch, ne, alles gut. Ja, fast. Damit sind es vier, fünf Schläge. Baby kann ja nicht alle Tassen im Schrank haben, denn einer hat es ja hier zum Wasser rumflimmt. Nach der Runde muss ich mal eine kurze Toilettenpause einlegen. Vergiss es. Wir spielen weiter. Hier gibt's keine Toilettenpause. Nimm ne leere Flasche. Na ja, alles gut, klar. Ja, völlig irgendwie konnte er an der andere Kante gekommen. Bleibst du? Liegen, mein Freund. Ach, Mann. Du rollst einfach genau von die andere Kante. Nein, jetzt hat's... Neun Schläge? Okay. Sieben. Ich hab's nicht mitbekommen, dass er... Man kann aber so komisch verstellen, verstellt gewesen, dass ich nicht gesehen habe, die da reingegangen. Und nochmal. Ich nimmst mit. Ja, zu wenig. Hattest du? Mist. Giving. Na ja, da. noch so ein paar runden dann kann man wieder ein bisschen zusammen rutschen passt dass ich gerade fassen wollen was wir zwei schlägen ja ich auch ich bin oben liegen geblieben an der hinteren wand ich hätte ein bisschen fester schlagen müssen ja ich auch drei schläge ja an die ich habe ich genau an der kante hängen ich bin da der obersten karte geblieben nein nein das war zu wenig aber ich bin doch noch irgendwie durch das andere was erwecken ich bin rechts runter na 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 nein doch 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 jawohl war damit ich dachte wo ich zwei oder dreimal oben drin hängen geblieben bin und zwei schläge geworden jetzt kommt die ganz fiese ja ja die ist nicht ohne das loch oben auf der kleinen plattform ist ich bin glaube ich gerade eine tentakel abgeprallt du musst schon fast den weh du musst den winkel schon vernünftig treffen mit der überhaupt eine möglichkeit hast hochzukommen nein der fällt aus dem loch wieder raus der ist zweimal aus dem loch wieder rausgegangen bei mir eigentlich war er drin das ist mir passiert das ist zweimal hintereinander passiert ja neun schläge ja wie gesagt ohne dass er den der winkel ist einfach schon geschissen bei baby zum beispiel die muss ein bisschen seitlich sein und dann kannst du den schöner ich habe den eigentlich reinlegen aber zweimal so wollen wir genau ausgibt es werden 233 schläge weniger gewesen normalerweise ja das sieht schon besser aus baby das sieht schon besser aus kommt nein schade kommen kommen sagt dazu das sagst du doch normalerweise sechs unterschied ja normalerweise wäre ja ja naja such die du Bis zum nächsten Mal.